Musik Guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer neuen Folge vom Megaprojekt beziehungsweise zu einer Special-Folge, denn wir hatten ja heute eine Folge ohne Geschichte und da habe ich gesagt, dann lege ich noch eine Folge nach. Das ist kein Problem, machen wir. Und dann würde ich sagen, ja, hier haben wir es eben ausgelobt. Und wir haben noch den Rotpist dabei, der eben auch mit dabei war noch. Also vorhin, hallo. Ich habe gerade Einlog-Probleme. So, jetzt bin ich drauf. Juhu. Ja, ja, Potenzprobleme. Ah, er ist einfach sich in mein Haus gezaubert. Was willst du denn da wieder klauen hier? Ja, ich bin gerade eben, ich habe mich gerade eben hier reingeschlichen. Nee, 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 klauen gibt es hier nicht. Ach, du bist aus dem Bluthof gerade rausgekommen, ne? Ja. Ich stand auch in der Ecke. Sieh mal mit meiner Aufnahme. Wir hatten einen guten Plan heute, nämlich. Wir hatten den Plan. Komm mit, ich hatte einen Plan, komm mit. Okay. Mich auszurüsten. Ähm, ja, das machen wir jetzt gleich. Äh, warte, okay, hast du erstmal Longfallboots. So, warte kurz. Ja, ich habe das alles aufgeschrieben. Okay, pass auf. Ja. Fangen wir mit Longfallboots an, bist du schon mal sicher. Soll ich auch ein bisschen craften? Also soll ich... Ja, ich gebe dir die Sachen. Okay. Du gehst an der Workbench. Ich würde mir nämlich dann das Jetpack machen, was ich geplant habe. Bei Felix, da geht es direkt los in der zweiten Folge. Die Stars. Weil ich habe nämlich geplant, dass ich diese... die Rundführung als 0. Folge hochlade und dann die gerade eben als erste. Ja, nimm mal Einzweck Eisenbahn und nimm das so lange, wie du es. Äh, dann brauchst du noch, ähm, zwei Diamanten. Ich habe übrigens mein ganzes Yuvi-Meta eben für Felix Haus verbraucht. Also für Felix. Ist ja nicht süß. Hier, die Diamanten. Für die Longfallboots? Ja. Hm. Dann... Obsidian. Haben wir hier. Äh, hier. Nimmst du das Obsidian. Du hast noch alles jetzt, was du brauchst. Okay. Ich habe erst die Sachen auf, wenn ich jetzt... Also jetzt macht... craftet die. Okay. Aber geh nicht an den da, der ist schon voll. Such dir jemanden noch einen leeren. Hier der. Nee, der ist nicht leer. Nee, die sind alle voll. Sehr ne? Nee, der ist... Ich mache einfach hier so. Okay. Ähm, so war das. Dann weiter. Dann glaube ich hier der dir und dann die. Hä? Oh, ich bin... Ich rege mich immer darüber auf, dass du so verpeilt bist manchmal in deinen Aufnahmen. Aber selber bin ich total verpeilt. Wie so ein Spasti. Nee, man denkt das immer, wäre einfacher. Hm. Aber meine lieben Freunde, das ist nicht einfach. Hier in der Welt des Megaprojekts. So. Ähm, guck mal in meinen Kisten, das Jetpack. Guck einfach selber die Rezepte nach. Ich muss auch schon was bauen, damit wir jetzt mal beide was Produktives machen. Genau. So, ich habe mich heute überlegt. Ich baue mir einen Tunnel zu Rotpils, äh, zu Rotpils und den mache ich auf folgende Weise. Ich gehe in... Ja, hier. Ja, den, den Baum hier rein. Warte mal. Ja. Ich gehe in den Baum hier rein, ja. Hast du diese Re-Batteries? Äh, guck wie die gecraftet werden. Du musst im Fenster eingeben, Re-Batterie. Okay. Ähm. Kurz mal reingucken hier. Oh, Dilger, hast du viel Zeug am Start. Ja. Ich guck mal, ob sie dann hier zurück. Ähm. Ich brauche auf jeden Fall zwei Glowstone. Und das finde ich nicht in der Hölle-Kiste. Äh. Das, das, das Glowstone findest du... Müsstest du eigentlich in der Hölle-Kiste finden. Wenn es nicht da drin ist, finde ich unordentlich. Was ich wahrscheinlich bin. Das ist bestimmt in irgendeiner anderen Küste drin. Ich gucke gerade. Da muss der Durchgang sein. Das ist ein Random-Zeug. Ah, hier sind zwei Glowstone. Ja, das sind Glowstone. Ähm. Dann. Brauche ich. Refined Iron. Ähm. Das hast du 100 pro. Wenn du das nicht hast, dann wäre das ein bisschen komisch. Äh, Refined Iron ist einfach Eisen in den Ofen tun. Eisen in den Ofen, okay. Das ist easy-measy. Ja, nimm dir mal ein Stack Eisen und pack's in den Ofen, wo ich ganz viele von diesen Speedbringer reingetan hab. Ähm. Extractor. Electric Furnace. Okay. Ich nehm mal deinen Tin da raus, dann bin ich mal so frei. Ja, ja. Das kannst du in den Projekt-Table einfach reinlegen. Okay, ich tu da einfach mal einen halben Stack jetzt am besten rein. Und tu es mal unten in den Projekt-Table rein. Hast du hier Water-Sales. Ja, wir müssen heute richtig produktiv sein. So. Copper-Cable brauche ich auch. Dann nehm ich mir mal welche raus. Und, ähm, Refined Iron brauche ich auch ein bisschen. Der Simon hat mir nämlich erlaubt, mich hier so ein bisschen an seinen Sachen zu bedienen. Ja, kriegst alles später wieder, wenn du fleißig bist. Aber du brauchst erstmal die Sachen, äh, damit du mit... Damit ich einen guten Start habe. ...produktiv sein kannst. Wir müssen nämlich jetzt gleich richtig produktiv werden. So. Re-Battery. Ich hab den Felix nämlich... Ich hab mir vorher mit dem Felix nämlich, äh, produktiv zu sein. Und dafür braucht er natürlich auch erstmal seine... ...seine Sachen. Äh, kannst du mir ein paar Fakken klopfen? Wenn du gleich dabei bist. Warte, 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 warte. Ich hol dir Sticks. Da ist noch Kohle drin, weil ich hol Sticks. Leg schon mal Kohle so bereit. Ich hol eben die Sticks. Ähm, nam 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 nam. Äh, ich bin so richtig verpeilt gerade. Warte, dann. Ich mach schon, ich mach schon. Ja, ja, mach, mach du. Oh, ach, da bist du gerade. Okay. Ich muss noch mal gucken, wie die Re-Batteries gehen. Ja, die Kohle war überhaupt nicht drin. Ich hab überhaupt keine Kohle drin. YOLO. Ich hab so ein Gedächtnis von... Ich hab so ein Gedächtnis von so einer Ratte, ey. Ja, und das... Man denkt immer in der Folge, das ist alles so einfach, ne? Boah, ey. Zugucken. Weißt du, ich denk mir dann immer, boah, ist der blöd, der Ungespielt. Ist der blöd, Digga, ist der blöd. Zugucken ist einfach, aber selber machen, ne? Boah. So, was gibt es die Lust? Das ist ein richtiges Superbrain im Vergleich zu mir. Ja, das tue ich dann mal da hin. Und am besten... Ach, Tin brauche ich auch. Was? Tim? Das kommt dann hier hin. Ja, das war richtig. Und dann... Redzone gehört da hin. Ich jocke. Und dann... Weißt du, ein richtig schönen Tunnel hier? Copper Cable. Also eins, zwei, drei, glaube ich. So. Das gehört mir. Bevor du ein Haus hast, darfst du bei mir erstmal wohnen. Yay! Ich mach dir gleich noch ein zweites Bett. Ja, geil. Weil wenn wir eh bei meinem Haus jetzt produktiv sind, dann wäre es ja jetzt sinnlos, wenn wir dann hin und her weg sind. Wir haben ja auch ein bisschen geplant beim Simon, was wir vorhaben. Wir haben richtig viel vor, jetzt loszulegen mit Technik zusammen. Fünf, sechs, sieben. So, so, so. Hier geht es lang. Dann machen wir hier den Tunnel hin. Hier kommt der Tunnel hin. So. So. Und dann kommt... War das richtig? Die Bedbox. Ah, und dann da die Batteries. Okay. Die kommen dann da rein. Mal ganz kurz. Jetzt habe ich eine Bedbox. Die kommt hier hin. Und dann ein Advanced Circuit. Dafür brauche ich Copper, Refined Iron, Redstone. Also das hier da hin. Dann das Refined Iron so. Und das Redstone da. Nein. Also ich will... Boah. Ich bin wirklich so krass verpeilt. Das ist unglaublich. Das so. Ach, ich brauche nur eins dafür. Okay. Dann kommt das hier da hin. Und da kommt das Redstone hin. Und dann habe ich eins davon. Aber ich brauche noch mehr Copper Cable. Hast du die hier irgendwo am Start? Da hast du Copper Cable. Junge. Dann habe ich direkt mal in der Folge hier schon ein Jetpack. Das ist ja sopa. Das ist super. Ich habe meine Kisten ja sortiert. Da müsstest du euch eigentlich zurechtfinden. Ja, also es geht schon. Es geht schon. Also... Also... Das sind noch so ein paar Ramschkisten. Wo noch alles mögliche drin ist. Aber das... Ich muss dir die Ordnung noch ein bisschen näher bringen. Also das erzählen, wo ich was habe. Aber... Ich mache gerade einen schönen Tunnel. Ah, und da bin ich auf den Tunnel gestoßen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Du kannst mich immer einfach da langfliegen in dein Lager oder sowas. Jetzt hole ich Leitern und dann geht es los. Hm. Da ist der Yu-Yu-Meta-Penis. Aber du hast aber noch genug Yu-Yu-Meta habe ich gerade gesagt. Ja, ja. Ich habe noch einen Penis aus Yu-Yu-Meta. Den hat Sorrent mir mal geschenkt. Den habe ich noch nicht angebrochen. Und... Den werden wir für Notfälle benutzen. So. Jetzt brauche ich die Leitern. Leitern habe ich irgendwo hier reingepackt. In irgendeiner Truhe habe ich richtig viele Leitern. Ich bin da verzweifelt auf der Suche nach Glowstone. Schienen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo ganz viele Leitern habe. Man kann aber schon Glowstone noch mit Yu-Yu-Meta machen, oder? Ja, kann man. Aber ich müsste irgendwo Glowstone haben. Warte kurz. Wenn nicht, dann... Wenn es nicht irgendwo haben solltest, dann... Also ich habe hier noch Glowstone-Staub. Wie viel Glowstone brauchst du denn noch? Ich brauche noch... Warte, lass mich nachgucken. Also hier ist Glowstone-Staub, falls du das... Ja, Glowstone-Staub brauche ich, genau. Ja, ja. Da ist für mich ein Glowstone-Staub neben dir. Oh, perfekt. Okay, ich glaube, das würde sogar schon fast reichen. Da sind 63 Leitern. Perfekt. Da habe ich auch das, was ich brauche. Hier sind noch Electric Circuits, falls du die brauchst. Oh. Die liegen gerade in meiner Truhe. Electric Circuits. Hier, guck mal her. Da ist direkt schon zwei Electric Circuits. Also brauchst du die nicht mehr craften, falls du die noch nicht gecraftt hast. Hast du... Hast du noch... Hast du Lapis Lazuli? Ja, guck mal in die Truhe Erze. Da Erze. Ja, super. So muss das sein. Okay. Dann gucke ich mal... Jetzt habe ich hier, nämlich... Eine Seite da geht es runter und eine Seite da geht es runter in den Tunnel. Du wirst dich freuen über den Tunnel. Okay. Wenn du ihn siehst. Wir machen heute richtig... Wir machen richtig Action heute, ja. Wir machen richtig anale Action. Hier richtig, äh... Dings. Eins, zwei, drei. Ne, das war es nicht. Boah, Mann. Und ich habe schon gedacht, ich könnte es mir merken. Glowstone, Redstone. Ich glaube es... Ah, das Redstone muss da hin. Das Glowstone muss, glaube ich, da hin. Und dann... Ja, okay. Also bin ich doch nicht so dumm. So. Doch, bist du. Du machst mich manchmal echt traurig. Hier. So, der Stein. Hey, warum habe ich den jetzt? So. Hey, why, why, why? Warum habe ich jetzt auf einmal so... Ich muss das echt nicht wissen. Aber egal, auf jeden Fall habe ich nur ein paar Advanced Circuits. Ich weiß ja nie, wann man die gebrauchen kann. Und rein da. Und ich habe mein Jetpack. Sehr gut. Wir machen jetzt einen Zusammenschluss. Damit wir das mit der Technik gut hinkriegen. Weil ich habe meine Technik selber nicht angefangen. Das heißt, wir sind von der Technik her gleich weit. Weil ich habe die Technik... Ich habe ja nur die Ressourcen, aber die Technik habe ich dann noch gar nicht. Verstehst du? Das heißt... Äh... Warum geht die Leiter da? Oh. Das heißt... Wenn wir jetzt mit Technik zusammen was machen, dann... Ist auch nicht so, als hätte ich schon viel mehr oder so. Ich habe nur die Magie halt ausgebaut. Hast... Ähm... Weißt du zufällig, wo du deinen Drill hast? Weil du wolltest mir den ergeben. Ja. Ähm... Der Drill ist... In der Natur auf jeden Fall drin. So. Das Tunnel ist schon mal auf jeden Fall okay. Ich kontrolliere jetzt mal ganz kurz. So. Das tue ich mal auch mal da hin. Das Slap Slap. So, die kommt in die Erzikiste. Was glaubst du denn? Das tue ich am besten mal hier in den Protect Table. Und man weiß ja nie, wann man das mal gebrauchen kann. Das tue ich auch mal hier rein. Das tue ich mal ein bisschen so. So. Perfekt. Ähm... So ist das voll. Okay, das ist voll. Perfekt. So. Ich habe jetzt den Tunnel schon mal von unseren Grundstücken gemacht. Okay, warte. Dann kann ich mal rüber geflogen. Äh... Am besten du gehst hier in mein Schlafzimmer. Oder... In deinem Schlafzimmer? Ja, oder geh zu deinem Grundstück und guck es mal an. Hast du schon dein Jetpack? Ja, ich habe mein Jetpack schon, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann bauen wir jetzt direkt weiter. Wir machen jetzt heute hier produktiv ohne Ende. Ähm... Weil... Das ist nämlich die 99. Folge. Und in der 100. Folge muss ich dann... Also ich kann nur noch eine Folge aufnehmen. Bei der 100. Folge gibt es nämlich ein fettes Special. Ja, Leute? Es gibt ein fettes Special. So. Ja, geil. Was... Ach, hier geht es hoch? Wohin? Ja, äh... In mein Schlaf... Also in den Lagerraum und in mein Schlafzimmer. Ah, okay. Und hier unten ist dann... Boah, das ist eh klar, wenn man hier so ganz... Wenn man die Leiter runter muss. Oder kann man das runterfliegen? Nee, nee, kann man leider nicht. Jetzt muss ich mir auch immer eine Lösung überlegen. Dass wir vielleicht daneben noch einen Gang haben zum runter und hochfliegen. Und was ist hier unten? Nee, unten nicht. Du musst hochklätern. Aber unten ist nichts mehr, oder was? Unten ist noch nichts. Das kommt noch zum Monster-Spawner. Ich mach dann einfach mal da die Fackel... Äh, die Leitern, die ich gerade gefunden habe. Nee, 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 nee. Batman. So. Wo ist denn der umgespielt? Wo bist du? Haben wir hier noch Dust? Nee. Dann machen wir jetzt nochmal Dust wieder rein. Zack, zack. So, hier durch. Hier kommt Dust rein. Und hier kommt, äh... Eisen rein, damit das True Defined Iron wird. So. Die Leute haben gesagt, es gibt noch einen anderen Furnace. Nämlich ein... Warte mal, was ist das hier? Das ist ein Electric Furnace. Es gibt noch einen besseren Furnace. Der kann viel schneller werden. Furn... Furn... Nee, es... Es gibt noch einen Powered Furnace. Nee, nee. Eleo Furnace. Induction Furnace. Das ist der. Aha, Induction Furnace. Er wird aus dem Electric Furnace. Advanced Machine Block. Und, äh... Copper gemacht. Aha, okay, okay. Da müssen wir Carbonplatten haben. Coal Dust. Hast du sowas? Coal Dust? Ja. Ja, das ist einfach aus Kohle. Musst du das hier reintun. Hier wird es nochmal zu Staub. Hm. Hier oben. Extractor. Mace Rater. Ach, der Mace Rater ist für dieses Staubzeug? Oder wofür ist das? Der M... Ja, der M... Der... Hier der. Der macht Staub zu... Nee, also der genau. Der hier, Electric Furnace, macht Staub zu backen. Und der hier, der macht Sachen zu... Also Erze zu Staub. Oder halt auch Sticky zu resinen, zu Rubber. Okay. Ja, du kannst also... Wenn du Kohler hast, das hier rein... Da reintun. Hm. Okay, also... Ja, okay. Gut, gut, gut. Nee, der Mace Rater, der macht Staub. Der Mace Rater. Ja, der Mace Rater. Ja, ich hab's vertan. Ich hab's vertan. Kohle rein und dann... Ja, okay. Was war noch auf meiner Liste? Genau, wie war das? Ja, pack die Kohle rein. Ja, warte, ich hol eben Kohle. Go, go. Wir dürfen nicht hier Zeit verlieren. Wir müssen hier Produktiv sein. Meine Liste ist nämlich... Du hast sogar noch ganz viel Coal Dust. Ich hab jetzt mal anderthalb Stacks Coal Dust hier aus der Kiste genommen. Ich tu aber nochmal hier einen noch Stack rein. Bauen wir ein paar... Bauen wir ein paar... Table. Project Table. Ja, mach ich. Die werden aus Werkbänken gebaut. Verschiedene Holz, oben Cleanstone und eine Truhe. Truhen sind hier noch ganz viel drin. Hier, Truhen brauchst du nicht. Cleanstone ist auch noch... Ich glaub da in der Truhe. Ja, und da musst du nur Holz und Werkbänke machen. Mach mal Holz und Werkbänke einfach. Project. Also Werkbänke. Truhen brauch ich doch, oder nicht? Ja, Holz brauchst du auch nicht mehr. Hier, nee, Truhen brauchst du auch nicht mehr. Du brauchst nur Werkbänke. Du brauchst eigentlich nur Holz holen und Cleanstone. Dann Cleanstone hole ich auch nochmal. Das geht schneller, weil ich weiß ja, wo alles ist. Ja, ich hab hier gerade Holz bei dir. Ich tu das einfach mal hier in den... Ich werf's hier einfach mal hin. Äh, Coal Dust hab ich auch. Hab ich den Cleanstone hingetan? Den clean sie. Pflasterstein, Pflasterstein. Ein und... Hm. Muss ich den Cleanstone hier irgendwo liegen? Pflasterstein, Pflasterstein. Oh, nicht hier lang. Ich find jetzt gerade keinen Cleanstone. Das bedeutet, dass ich jetzt den Stein hier einfach reintun. Dann wird das zu Cleanstone. Okay, pass auf. Hier in dieser unteren... In der rechten Project Table ist alles, was du brauchst, um Dinge zu machen. Soll ich dir ganz kurz erklären, wie eine Project Table funktioniert? Hm, du tust die Items rein und wenn da noch welche drin sind, dann brauchst du die nur klicken und dann macht er das automatisch. Du musst nur eins von jedem Item rein tun und wenn das... wenn das alles noch... genau, dann Project Table ist... ja. Das hab ich auch erst seit kurzem verstanden. Hab ich's immer falsch gemacht. Was ist denn nochmal für ein Solar Helmet gerade an? Ich hab den, äh, Low Voltage Solar Helmet. Der reicht vollkommen unter dem Jetpack aufzuladen. Ist der schwer zu machen? Ne, das ist... ja, das... man muss halt wie so eine Solar Array Dingens machen. Aber das Material brauch ich jetzt, mach ich jetzt sowieso, weil ich jetzt eh, ähm, Solar-Dinger mache. Ich mach jetzt eben eine Truhe hier hin. Haben wir eine Truhe, die relativ leer ist und sonst mach ich jetzt noch... Ich mach noch eine schnellende Truhe. Ähm, eine Truhe jetzt schnell hier. Ähm, so. Einmal, wir brauchen Diamanten. Wir brauchen Eisen. Und... das, 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 das. Wir brauchen Diamanten. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen Gold und natürlich... Natürlich haben wir kein, äh, Gold in Hülle und Fülle. Alles haben wir in Hülle und Fülle, aber kein Gold. So. Äh, das, das bedeutet... Hä, echt? Diamanten hast du echt ohne Ende und sowas, aber... Ja, Gold, Gold müssen wir... Gold haben wir auch ganz viel. Wir müssen nur aus Gold, das machen. Äh, in Gold, ja. Hier. Müssen wir Gold, Staub machen und dann... Ja. So. Oh, unser, unser Strom ist leer. Unser Strom ist leer. Ist es gerade Tag oder ist es Nacht? Es regnet. Ich glaube, das ist... Blockt auch den... Den, die ist dann schon, ne? Das ist kacke. Vini, geh mal bitte ins Bett, wenn's... Wenn's geht. Ha, shit. Dann leg dich in ein Fremdes. Ba, Simon. Oh, ja. Okay. Ähm, ich muss dir jetzt schnell eins machen. Ich muss dir schnell eins machen, weil ich sag ihm jetzt, er soll sich in ein Fremdes Bett legen. Aber ich hab selber keins. Schnell, 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 schnell. Marble, Marble, Marble. Haben wir Wolle? Nein. Ähm, du hast Strings. Strings kannst du auch aus Wolle machen. Hier ist ganz viel Strings. Hier haben wir noch Wolle. Ich hab noch 10 Wolle gefunden. Okay, komm. Komm mit. Ich hab jetzt gerade mal vier Wolle. Ähm. Ich tu das mal eben hier rein. Ich hab auch schon ein Bett gemacht. Ist schon okay. Okay. Gut, gut. Es ist Nacht. Es ist nicht Nacht. Oh. YOLO. Oh. Okay, komm. Ich folg dir mal. Boah, neben dir. Boah, sweet Digga. Eigentlich ist dein Bett ja hier, ne? Hier. Müsstest du eigentlich hinkommen. Warte kurz. Ja, da müsste man eigentlich. Warte kurz. Kannst du den Safe rumtransportieren? Oh nein, kann man leider nicht. Na, na. Oh, das ist selbst das Einzige, was man nicht transportieren kann. Aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich. Da muss ich so machen. Nee. Ist erstmal okay so. Ähm. Der Strom, ey. Okay, ich feuere mal eben den Generator ein bisschen. Damit wir jetzt rübergehend noch ein bisschen was haben. Äh, warte mal ganz kurz. Ich hab auch noch eine Idee, was du machen könntest. Zack. Ah, nee. Wir haben kein Lava in der Nähe. Sonst hättest du Lava sammeln können. Aber wir haben kein Lava in der Nähe. Das war schon leer. Das regnet. Das ist nicht cool. Macht der überhaupt was? Also du musst nur Kohle in den Generator reintun, ne? Ja, aber das macht ja so gut wie nix. Ja, aber das saugt dir das nämlich auch leer. Ja, das macht so gut wie nix. Die Kohle wird nicht genug. Die wird nicht schnell genug durchgebrannt. Das ist das Problem. Oh. Oh, verdammt. Das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn es regnet. Das ist das Problem, wenn es regnet. Das ist das Problem. Da muss man irgendwas gegen haben. Also sowas wie... Da musst du noch irgendeine Stromquelle haben, die regenresistent ist. Hast du Wenien in den Bett gegeben? Ne, ne. Ja, warte, dann mach ich ihm schnell eins. Wir müssen... So. Ich geh dann mal eben hier raus und... Der Wenien hat scheinbar Spaß an Feed the Beast, weil der nimmt jetzt auf, seitdem er auf dem Server ist, die ganze Zeit durchgehend. Holz. Aha, Truhe haben wir schon. So. Truhe. Eisenwaren. Boah, dieses Jetpack ist so tight, ne? Boah, ich... Mich prägt gerade das kalte Kotzen, wegen meinem... Ich heiße... Wenige Schenke. So. Eisentruhen. Eisentruhen. Machen wir jetzt zu Goldtruhen. Oh, lol. Was denn? Ich bin auf meinen... Ich bin auf meinen Chunky gekommen. Ich hab mir den nämlich ganz, ganz nah an WASD gelegt. So. Endlich nicht unter der Brücke, Ben. Er hat sich halt ihm ein Bett gegeben. Der Limmel. Okay. Dann flieg ich mal ganz schnell hier rüber, wieder zu dir. Das sieht bestimmt super verplant aus. Boah, wir müssen unbedingt was an dem Cobblestone an deinem Haus machen. Ah. Das ist jetzt erstmal nicht so Priorität. Das ist jetzt erstmal nicht so Priorität. Haftbefehl. Haftbefehl. Yeah. Geh weg, Schwein. Das packt einfach hier so drinnen. Was ist da los? Was willst du? Mortal Kombat. Ah, nee. Das wird Glas. Da kommt Glas hin, glaube ich. Ja. Glas. Das heißt, nicht diese riesengroßen? Ja, hol mal. Glas, 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 Glas. Ich guck mal eben, ob man schon pennen kann. Weil das sieht man irgendwie beim Regen nie. Nee. Mann. Ich fühle, dass es nachts wird. So, jetzt haben wir hier erstmal die Diamond Chests. Die packen wir jetzt am besten einfach mal. Die Diamond Chests. Irgendwo, wo es schön ist. Nicht, dass du das dann wieder aufräumen musst. Doch, das muss ich auf jeden Fall aufräumen, weil ich möchte hier... Tu die mal hier hin. Hier, wo ich bin. Wo? Wo bist du denn? Hier, hinter dir. Hier hin. Nein, nein, viel zu weit weg. Ich will direkt hier greifbereit haben. Greifbereit? Ich glaube, hier kommt auf jeden Fall eine... Hier kommen die hin. Da passt die... Seid ihr bereit? Greif. Zeit. Geh weg, Schwein. Die packen alles total rum. Jetzt geh doch rein. Man fliegt ja schon total hoch, wenn man nur springt mit dem Jetpack. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. So, jetzt erstmal alles entleeren hier. Das ist die Kiste, um alles zu entleeren. Alles, was man so braucht, was man grifbereit braucht. Der hat Peek. Die oberste ist die Crepe-Kiste, die unterste ist eine Sortier-Kiste. So, ähm... Ich nehm mir das mal eben hier. Mach da in die Kiste hin. So. Jetzt überlege ich ganz kurz noch... Das ist überhaupt nicht so einfach, so viel nachzudenken. So viel... Denken ist anstrengend. Ups, so viel nachzudenken ist nicht einfach. Bei dir wird das so eine lange Special-Folge hier, ne? Ja. Ne, das wird... Es wird einfach eine lange Folge. Okay. Ja, ich mach das einfach bei mir entweder... ... in mehrere lange oder so. Ich weiß es nicht. Wie es so passt, Digga. Hier sind noch Lava-Zellen. Das ist für unsere Energie gut. Pass auf. Echt? Noch Lava-Zellen. Geht das gut ab? Also hier. In den... In den Furnace. Zack. Bam. Jetzt kann erstmal Lava verbrennen. So, das ist gut. Ich mach grad nur schnell als Provisorium. Ganz, ganz schnell. Ähm, hier bei mir. Ähm. Mach ich gerade so ein bisschen Farm, wo das gerade bei dir brützelt. Jetzt weiter hier. So. Steine. So viel Klingel brauchen wir nicht. So, jetzt können wir die nächsten Sachen verbrennen. Nämlich nochmal Gold. Weil Gold haben wir wirklich, äh... Weil es bei uns wirklich Mangelware gerade. Die müssen wir in Wachen verwandeln. Also Gold hat auf jeden Fall Priorität bei uns in Wachen zu verwandeln. So, wir müssen nämlich jetzt wirklich mal... Das hier müssen wir jetzt nicht anfeuern. Das ist bloß so Quatsch. So, wir müssen nämlich jetzt wirklich mal... Försterstein. Stein. Ähm. So. Holz. Hallo. Hallo. Ähm. Ist gerade hier wieder ein bisschen Strom am Start, oder? Ja, Strom ist am Start. Ja, mhm. Ist gerade Mangelware. Oh, es wird Nacht, hab ich das Gefühl. Komm mal in deinen Schlafgemach. So, warte. Ähm. Schlafenszeit. Moment. Ist beste Zeit. Hast du, äh, hast du Workbenches gemacht? Ähm. Workbenches, nein. Schämlich. Hast du nicht gemacht. Nein. Ich habe gerade mit, äh, ich habe gerade böse Dinge mit, ähm, mit Nightlife gemacht. Ich habe dir gesagt, Mach Workbenches. Ich sehe, jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät. Es ist schon zu spät. Gut, 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 gut. So. Das mache ich dir hier. So. Zack. So. Hä, was fehlt denn jetzt? Ach, Cleanstone fehlt. Ich glaube, Veni liegt schon. Sehe ich gerade. Ich glaube, sonst wird der Veni traurig. Wo ist der Veni leider? Traurig sein. Bin. Okay, warte mal. Da muss der Veni kommen. Sofort. Synchron. Wo ist denn da die Tursor? Jetzt noch schnell hier. Zack. So, jetzt haben wir nochmal drei Project Worktable. Ab ins Bett. Komm. Ja. Simon, schlafen gehen. Sind. Ab rein da. Schnell, schnell, schnell. Das war jetzt gerade meine Mama. Veni, Veni wartet. Veni wartet. Ich wollte gerade nur mich auf dich draufstellen. Ich weiß, ich weiß, dass du das wolltest. Aber der arme Veni, der wartet. Und wir müssen heute die mega produktive Folge der Hölle machen. So, jetzt. Bauen wir hier rein. Nom, 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 nom. Okay. Gold. Weiter Gold zum Verarbeiten. Zack, zack. Da Gold rein. So. Hier auch Gold rein. Überall Gold rein. So, jetzt habe ich noch mehr Goldwaren. Jetzt wieder da rein. Sag mir genau, auf welchem Stand du jetzt gerade bist in Richtung von dem, was wir fahren. Ich mache gerade die Sachen. Ich baue gerade die Sachen, um jetzt diese ganzen, äh. Ich hole gerade Glas. Für die ganzen, ähm, Solab-Dinger hole ich gerade alle möglichen Sachen. Was brauchst du gerade? Ähm, Coal Dust ganz viel noch. Coal Dust. Okay. Warte. Coal Dust, du hast das in dem, äh, Project Table, ne? Ne, reicht, reicht bei weitem nicht. Okay. Ah doch, da sind 64. Aber ist okay. So, erstmal jetzt noch mehr Project Tables. Wir sind noch ein bisschen in Mace Rater. Ich habe da gerade eben ein paar reingetan. Ich tue jetzt aber nochmal, ich stock die nochmal im Mace Rater auf. So, erstmal müssen wir jetzt ganz viele Project Tables hier hin machen. Zack, zack. Zack, zack. So. Jetzt haben wir ganz viele Project Tables, ja? Ja. Ähm, natürlich ist es jetzt schwierig, hier die Ordnung, die, äh, Übersicht zu behalten. Deswegen würde ich fast sagen, was anderes, warte. Die einen höher machen oder irgendwo anders und dann beschildern, oder was meinst du? Ja, 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 schildern ist immer gut. So, ähm, willst du, sollen wir das hier einfach auch noch raushauen? Äh, ja, auch noch weg. So, so reicht das aber so. Pass auf, jetzt, die sind, die, alle die leer, warte, alle die leer sind. Ah, scheiße. Ich habe mir, ich habe mir ein Haus, ein Loch gebohrt. Ist die leer? Ja, die ist leer. Da. Ähm. Keine Ahnung. Was hier alles am Start ist. Scheiße, jetzt habe ich... Hol mal bitte, ähm, Tropenholz. Bitte, bitte, bitte. Ja, komm mal. Ähm, na, 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 na. Holz. Tropenholz, sagst du, ne? Ja, haben wir noch einiges? Ja, haben wir. Aber nicht mehr so viel. Wenn, dann gib mir einfach mal deine Ex auf den Stream und dann gehe ich ein bisschen was holen. Hab, also nur noch das, was da jetzt liegt. Das reicht, das reicht, vor allem ganz. Gut, gut. Auch nur ein bisschen, um den Boden so auszubessern, weil der hat ein bisschen Schaden genommen. Achso, ich dachte, du brauchst es zum Craften oder so. So. Okay, im Electric Furnace nehme ich mal das Gold raus und tue nochmal was Eisen rein. Das Gold tue ich mal hier in den Project Table. Ja, gut. Ähm. Boah, wie viele Overclocker da drin sind, ne? Ja. Das geht ja ab wie sonst was. Müssen, sonst dauert es noch länger. So. Wir machen einfach heute Abend im Live-Team weiter. Gute Idee. Ah, da kann ich keines reinsetzen, okay. Aber hier kann ich die Schilder drüber setzen, da kann ich die Schilder daneben setzen. Okay. Hier. einfach immer dann die Schilder beschriften, was dann da, äh, was dann da drin, was da gerade passiert. Und dann kann man da immer so Projekte in diese Projekttables machen, verstehst du? Mhm. So ist gut, oder? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Dann kann ich die Schilder mal abbauen und dann einfach dran bauen, weißt du? Ja, geil. So. Jetzt. Weiter geht's. Jetzt weiter geht's. Ich mache mir das hier. Und das hier. So, dafür, dass ich immer nur 15 Minuten Folgen hochlade, gibt's heute mega, gibt's mega Ausnahmen. Normalerweise darf man nämlich, wenn man zwei Folgen hochlegt, nur 15 Minuten Parts hochladen. Aber da ich immer nur 15 Minuten Parts hochlade, jeden Tag, denke ich mal, kann man da auf jeden Fall mal eine Ausnahme machen. So. Jetzt. Ich möchte jetzt, äh, ich mache den Project, hier das, der obere Project Table, das hier wird der für die Solar. Hier, das wird der Solar Project Table, okay? Jep. Solar. Okay. Hier kommen jetzt meine ganze Solar Sachen rein. Das heißt, da kommt Gold rein. Da kommt. Ist hier nicht noch mehr Gold irgendwo? Da ist noch Gold. Oh, hier ist der rein. Ich komme mal da rein. Ähm. Äh, Glas nicht. So, jetzt gucke ich mir mal schnell nach. Weil da machen wir jetzt auch die Solar Sachen. Und wenn wir heute eine, wenn wir heute schaffen eine Medium Voltage Solar, haben wir mehr geschafft, als ich überhaupt jemals im Brands Projekt geschafft habe. Also ich habe noch nie eine Medium Voltage. Ich habe das höchste, weil ich habe jetzt eine Low Voltage und die steht hier. Und durch diese Low Voltage wird alles gepowert. Nur durch diese eine Low Voltage, hier die. Wir brauchen unglaublich viele Copper Cable. Wir brauchen jetzt von den Low Voltage, brauchen wir acht Stück von. Copper Cable, okay. Dann machen wir hier eine Projektbox, wo steht Copper Cable, genau. So. Copper Cable, okay. Copper Cable. Copper. Guck mal, was mir Schönes gemacht hat noch. Damit ich noch schneller bin. Ich habe ganz viel Copper hier drin. Guck mal, hier waren ganz viel Copper drin. Warte, die mache ich jetzt hier rein. So. Ich nehme dir den Rubber auch mal mit. Copper. Du musst aber am besten immer nur eins rein tun, damit es wieder einfacher zu klaften. Zack, zack, zack. Ich komme die ganze Zeit mit diesen hässigen Key. Zack, 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 zack. So. So, jetzt haben wir schon mal ein Stack Copper Cable, nochmal zwei. Hat es nicht auch eine Copper Kiste oder so? Ne, eine Rubber Kiste meinte ich. Ja, hier. Ah, du hast nur das Sticky Resin da drin. Ja, das müssen wir noch weiter verarbeiten. Aber wir haben jetzt schon ziemlich viele Copper Cable. Guck mal. Ja, wir brauchen sehr viele. Weil wir brauchen nämlich noch die Electronic Circuits. Ja, wir haben jetzt schon. Ich nehme mal ein paar ein bisschen Sticky Resin. Ja, auf jeden Fall Sticky Resin immer reinpacken. Und hier ist gerade nichts drin. Hier muss immer was durchlaufen. Äh, oder? Würde sagen, da laufen lassen wir Eisen durchlaufen. Hast du irgendwas mit Silk Touch hierfür? Wofür? Oh, egal. Ach komm, ich habe so viel Glas. Was soll der Geiz? Kann man aus Dingens machen, aus Biometer. So. Ähm. Okay. Weiter. Also Solar Panels macht man immer. Coal Dust, Coal Dust, Coal Dust, Glas, Glas, Glas und Electric Circuit, Electric Circuit. Okay. So, ich tue mal wieder Cables hier rein. Du kannst ja das Rezept eigentlich da drin lassen. Ja, das bleibt immer genau da drin. Jetzt brauchen wir ganz viel Generators. Und da brauchen wir ganz viel Refined Iron und einen Iron Furnace. Also ganz viel Eisen müssen wir jetzt wieder, ganz viel Eisen müssen wir einschränken. Das Gute ist, ich habe hier noch Eisenblöcke. Also vier, boah, ich habe hier noch ein, was? Hä? Was? Was denn? Ich habe einen Stack Eisenblöcke. Das sind 64 Eisenblöcke. Ja, krass. Das ist übelst viel. Okay, jetzt habe ich ganz viel Eisen. Okay, ich habe, also Eisen haben wir genug. Okay. Ich habe jetzt gerade am besten, habe jetzt gerade nochmal was reingekommen. Hier oben in der Truhe sind die ganzen Nussourcen, ne? Zack, zack, zack. Also Eisen haben wir jetzt, glaube ich, erstmal genug. So, Eisen, ja, dann machen wir jetzt, bitte, Generator. Gegen wie? Ich mache auch mal hier so ein Ding für Generator. Ja, mach mal. Das war, ähm, erstmal Eisen. Wir brauchen ganz viele Iron Furnaces. Ja. Also wir brauchen entweder, wir brauchen noch Refined Iron ganz viel. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Refined Iron durchjagen hier. Zack. So. Zack, 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 zack. Wo hast du den? Generator, da. Genau. So. Und wir brauchen noch Re-Batteries, die mache ich mal hier hin. Okay, wir haben jetzt den Generator-Box, den Iron Furnace ist nicht richtig, aber ist egal. So, 42, wir haben 42 Iron Furnace. Oh, ich glaube, ich habe fast ein bisschen zu viel gemacht. Ich habe jetzt gerade hier nochmal zwei. Kann gar nicht zu viel sein, wir müssen so viel Kram machen. Ja. Re-Furnace und Refined Iron, okay. Keine Sorge. So, Re-Batteries. Ich mache mich mal an die Re-Batteries. Batteries. So, das war. Wir brauchen jetzt ganz viel Zinn, Redstone und Copper Cables für die Re-Batteries. Ach, Generator, der kommt hier rein. Ich nehme mal ein bisschen, was ist dein Redstone-Kisten. Generator. Ähm, ja, nee. Ist da Zinn drin? We find Iron. Oh, du hast sehr viel Tinn-Dust. Dann mache ich mal ein bisschen was daraus. Hier ist ein Electric Furnace. Äh, haben wir gerade... Wir brauchen nur Re-A-Batterien. Ja, ja, genau. Dafür brauchen wir Zinn. Oder kann man da was anderes auch für nehmen. Zinn, Zinn. Nee, nee. Aber kannst du schon mal dann die Electric Circuits machen? Ich glaube, wir brauchen auch Zinn für. Aber Zinn haben wir auch ziemlich viel, oder? Haben wir keinen Zinn-Bagen mehr? Ist alles verbraucht? Ich habe nur noch... Also, wir haben nur noch den Dust. Ich überlege jetzt gerade. Ich nehme mal kurz das hier da raus und mache noch mal ein bisschen Zinn. Ich tue da mal eben das hier zum... Das tue ich mal eben hier rein. Hier ist auch Tinn-Dust drin. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Tinn und da auch noch Tinn. Ah, hier ist ganz viel Zinn-Dust. Das stimmt, du hast recht. Hier ist noch mehr Re-Find-Iron. Und hier ist noch mehr Copper. Das Copper-Cable nehme ich mir mal hier kurz. Ähm. Wie war das? So. Das Redstone kommt dann da hin. Und dann da kommt das... Zinn hin. Also so. Zack, 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 zack. Okay. Ähm. Das nehme ich mir mal kurz hier raus. Ich lege einfach mal das Rezept da rein. So. Und dann so und so. Du machst es aber nicht richtig. Weißt du, du musst auf jedes Ding nur ein Ding drauf tun. Oh, nein. Oh. Und dann... Äh, alle Zutaten können hier einfach so drin bleiben, weißt du? Okay. Und dann craft das immer weiter. Jetzt craften wir mal endlos davon. Gut, ihr verbraucht die immer von unten runter, bis die aufgebaut sind. Okay, jetzt habe ich schon mal fünf. Äh, wofür haben wir die... Brauchen wir die nochmal? Für den Generator, ne? Äh, für den Generator, ja. So, la... Generator. Okay, dann brauchen wir das Re-Find-Iron. Wo haben wir das? Da war das Re-Find-Iron. Mh, das war so und da kommen die dir hin. Ja, oben kommen die A-Batterie rein, ja. Da war das Re-Find-Iron. 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 Bis zum nächsten Mal.